Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Hernien. Und als Gast und Experte haben wir eingeladen Herrn Prof. Dr. Oliver Drognitz. Er ist Direktor der Klinik für allgemeine Viszeralchirurgie an den Videokliniken in Karlsruhe. Herr Professor Drognitz, was ist eine Hernie? Ja, ganz generell kann man sagen, eine Hernie ist eine Ausstülpung von Bindegewebe, bei denen zum Beispiel innere Organe vortreten können. Aber es gibt natürlich auch Hernien, die man von außen gar nicht sieht. Man kann das vielleicht am Beispiel der Nabelhernie verdeutlichen. Da haben wir eine Bruchlücke im Bereich des Nabels. Das straffe Bindegewebe unterhalb des Fettgewebes, also unterhalb der Haut, ist hier defekt. Es tritt dann durch diese Bruchlücke ein Bruchsack aus. In diesem Bruchsack kann zum Beispiel Bauchwasser enthalten sein. Es kann aber auch Fettgewebe aus dem Bauch enthalten sein oder auch sogar Darm, Dünndarm, Dickdarm oder andere Organe. Sie haben jetzt ein Beispiel genannt. Welche Hernien gibt es eigentlich und welche sind am häufigsten? Also mit Abstand am häufigsten ist die Leistenhernie, mit der wir uns auch in unserer Klinik am meisten beschäftigen. Dann gibt es natürlich das große Feld der Narbenhernien. Diese Narbenhernien treten dann auf, wenn zum Beispiel größere abdominelle Operationen mit größeren Bauchschnitten durchgeführt worden sind. Und hier liegt so die Inzidenz, also die Häufigkeit des Auftretens so bei vier bis zehn Prozent der Patienten, die davon betroffen sind. Bei der Leistenhernie im Vergleich kann man ungefähr sagen, dass das Lebensrisiko für den Mann ungefähr bei 27 Prozent liegt. Also das Risiko für den Mann einmal in seinem Leben eine Leistenhernie zu entwickeln ist bei 27 Prozent. Bei Frauen ist es deutlich geringer. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Hernien, auch teilweise Hernien, die man von außen gar nicht sehen kann. Wodurch entstehen solche Hernien? Es gibt ganz unterschiedliche Ursachen. In den meisten Fällen kennen wir die Ursachen nicht. Wir vermuten, dass zum Beispiel hier auch genetische Faktoren eine Rolle spielen. Eine allgemeine Bindegewebsschwäche, also ein Fehler in der Kollagensynthese, die letztendlich dazu prädispositioniert, eine Hernie zu entwickeln. Dann gibt es das, was ich schon angesprochen habe, das Feld der Narbenhernien. Und dann haben wir natürlich den Bereich des Übergewichtes, aber auch des Untergewichtes. Wir haben den Bereich der Patienten mit chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, die sehr oft zum Beispiel dann eben Hustenstöße entwickeln und dadurch immer wieder einen intraabdominellen Druck aufbauen, also einen Druck im Bauchraum aufbauen. Wir haben das Problem mit Patienten zum Beispiel mit Lebererkrankungen, wo es eben auch zu einer allgemeinen Bindegewebsschwäche kommt, zu Bauchwasser kommen kann, was dann oft eben dazu führt, dass diese Hernien auch deutlich sichtbar hervortreten. Und wir haben den Bereich des Sportes, wo dann zum Beispiel auch junge, fitte Männer, wenn sie exzessiv Krafttraining betreiben, tatsächlich auch eben Hernien entwickeln können. Wir haben auch Fälle, wo eben Patienten, die zu mir kommen, tatsächlich beim Umzug oder bei anderen Tätigkeiten ganz plötzlich massive Kraftanstrengungen durchgeführt haben, schwer gehoben haben und wo dann eben tatsächlich diese Hernien auftreten können. Das heißt, die Symptomatik hängt ja immer davon ab, wo diese Hernien dann sind. Exakt. So haben Sie es ja eben auch formuliert, die Oesophagushernie und die Leistenhernie. Kann ich irgendetwas tun, um das zu verhindern, so eine Hernienbildung? Sie können wahrscheinlich, en gros, wahrscheinlich das nicht verhindern. Aber Sie können natürlich eine Gewichtsreduktion betreiben. Sie können natürlich versuchen, das Rauchen einzustellen. Sie können sich bewusst und gesund ernähren und Sie sollten natürlich auch vermeiden, exzessiven Kraftsport durchzuführen. Aber in den meisten Fällen, muss man ganz ehrlich sagen, sind diese, ist das Auftreten der Hernien hier damit nach meiner Erfahrung gar nicht assoziiert. Sie können das nicht im Einzelfall verhindern. Also über die Behandlung werden wir uns im zweiten Teil nochmal darüber unterhalten. Aber könnten Sie so kurz anreißen, ob jede Hernie operiert werden muss? Ja, das ist in der Chirurgie gerade ein wirklich umstrittenes Thema. Das Problem ist, dass es keine Spontalheilung gibt bei den Hernien. Bei den äußeren Hernien ist es ein bisschen anders als bei den inneren. Ich hatte ja schon diese Zwerchfellhernie beim Durchtritt der Speiseröhre angesprochen. Da ist es so, dass die in der Regel nicht operiert werden müssen. Wenn sie aber Symptome machen, sprich also Sodbrennen, dann ist das eine Operationsindikation. Bei den Leistenherrnien sind die internationalen Leitlinien ja so, dass man beim Mann, wenn eine Leistenherrnie auftritt, die keine Beschwerden macht, nicht grundsätzlich von einer Operationsindikation ausgehen muss. Vielen Dank, Herr Professor Drucknitz. Unsere Zeit ist leider um. Meine sehr geehrten Herren, vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Wenn Sie unseren Kanal noch einmal angucken wollen, dann können Sie das DRK Filmteam YouTube ansehen. Nochmals vielen Dank, Herr Professor Drucknitz. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.